Hallo und herzlich willkommen zu meinen Lieblingstransformationsübungen heute aus meinem Stimmlabor, wo ich halt Stimmcoachings anbiete und Obertongesang unterrichte und aber auch mittlerweile immer mehr Coachings anbiete tatsächlich für allgemeine Themen des Lebens wie Bewusstseinsentwicklung, Transformation, Auflösung von inneren Konflikten und damit verbunden eben auch Auflösung von äußeren Konflikten. Heute mag ich dir eine ganz einfache Übung vorstellen, die kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin und die heißt das Meer umrühren. Was könnte das sein? Es ist eine Zungenübung und warum sollte das transformativ sein? Na, weil du mit einer gut trainierten Zunge, was ja immerhin ein Muskel ist und zwar der größte frei hängende Muskel, frei schwebende Muskel in unserem Körper, mit einem gut trainierten Zungenmuskel kannst du halt besser artikulieren und kommunizieren und wie wir wissen ist Kommunikation die Basis von Beziehung und die Qualität deiner Beziehung bestimmt natürlich maßgeblich deine Lebensqualität und insofern, ja, kann sogar eine Zungenübung dein Leben transformieren. Ich zeig dir mal wie die geht. Du gehst mit der Zungenspitze an den Zahnreihen lang und zwar erst oben, dann unten und zwar erst außen und dann innen und dann kannst du die Richtung wechseln und die Geschwindigkeit beschleunigen und dann sieht das etwa so aus. Und du wirst bald merken, dass du das dass dieser Muskel dann an seine Grenzen kommt, beziehungsweise richtig spürbar wird und dann machst du einfach eine Pause und wie wir wissen aus der Sportmedizin ist es sinnvoll, solche Übungen, die den Muskel wirklich trainieren wollen und ihn aufbauen wollen, mindestens dreimal hintereinander zu machen, aber es reicht auch mit dreimal. Mehr bringt dann nicht so viel an Änderung. Hauptsache dreimal so richtig intensiv, dass du den Muskel richtig spürst. Ja, und das war's auch schon für heute. Dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag mit guter Kommunikation und einer wunderschönen Beziehungsqualität. In diesem Sinne, bis bald! . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020